So, ausgestattet, mit neuen Körperteilen, mit neuen Füßen, mit neuen Händen, mit neuen Beinen. Und wenn man jetzt endlich tatan, schüren, sind nicht pussieren, sondern po-sieren. So, weiter geht's. Neue Leute kennenlernen. Ach, piep, piep heißen sie. Piep, piep, piep. Hallo, piep. Hallo, piep. Piep, piep. Beep, beep, beep. Die sind dafür bekannt. 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 Was? Oh, heilig, mein Kind gehabt. Immer halt, weil sie denn die Augen... Ui! Cool! Hi! Ui! Ui! Da sind die Augen alles geimpften, aber das ist immer wieder für mich zu ganzeuern. Das sind wirklich nur tausend! Ist das gut, du? Ja! Die haben schon geholfen, ob wir auch ein paar Minuten sehen. auf dem weg zur sonne Alter, olle Fischgräbeler. Erstmal was. Schnapper schnappern. Schnappern, schnappern. Jawohl. Ach, was hat mir für welche? Ba... Baluhins. Baluhins. So hat Schüppräder. Oder? Ja, enteißen können wir auch. Neue Fischgräder. Ja, ha, 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 ha! Neue Fischgräder. sein. Kann Minotaros kann ich überhaupt nicht bezaubern. Ach, ich will noch andere kennenlernen. Ich will noch andere kennenlernen. Oh, die sehen sauer aus. Was ist denn das? Oh, eine ähnliche Kreatur. Dann machen wir weiter. Zuerst waren sie stinksauer. Und jetzt sind sie eklig. Wie ist die Antwort? Ich habe eine schöne Weitung hier, aber da warten wir uns besser nicht raus. Ihr wisst ja, was das letzte Mal passiert ist. Du freust dich, gell? Richtig cool. Da ist Leute, streifen wir weiter durch die Natur. Ich liebe ja die Kreaturenfaser. Ich liebe sie wirklich. Auch wenn sie nicht einfach ist. Sie ist echt nicht einfach. Ich liebe sie nicht einfach. Auf Du bist, wie sie nicht? Liebe sie sind? Ich liebe sie. Ich liebe sie. Was ist das für Sie? Tschüss! Was ist das für Sie? Das ist das für Sie? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Das ist ein Raumschiff. Hinterher! 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 Oh! Aber! Nein! Das alles sollte nicht stehen bleiben. Das wäre überhaupt nicht geblieben. Oh! Ich hatte Rechnungen. Wir haben heute ein abgestürztes Teil aufgefunden, wo die Erde verbrannt war. Waren Rechnungen an? Es ist weg. Uff! Auf den Schrecken erstmal was essen. Uff! 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 So! Jetzt müssen wir überlegen, wie es weiter geht. Das war ein großer Schreck. Das war ein großer Schreck. Aber! So wissen wir. Wie sich Tiere fühlen. Wenn wir einfach so mit unserer Technik und mit unseren Baggern und Bulldozern in den Wald kommen und meinen so... Jetzt haben wir hier das Sagen, ne? seiner Stau. Sala Buk! Das ist eine Sala Buk! Das ist eine Sala Buk! Sala Buk! Das ist eine Sala Buk! Das ist eine Sala Buk! Das ist der Sala Buk! Ich habe mir am Sho minds familiärktes. Das ist ein Schreck! Ruh! 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 Snack! Ruh! Ruh! Ah! Ruh! 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 Das war's für heute. Vielen Dank. So, Freunde der Nacht, 210 Evolutionspunkte, ist ja Zeit, dass wir hier mal zu Podi kommen. So, Freunde der Nacht, 20 Evolutionspunkte, ist ja Zeit, dass wir hier mal zu kommen. So, Freunde der Nacht, 20 Evolutionspunkte, ist ja Zeit, dass wir hier mal zu kommen. So, ich darf mal was essen. So. 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 jetzt machen wir uns. So. 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 an wieder. Ja Leute, die Uhrzeit war nicht immer freundlich, ja. Das heißt ja immer, ja, dann guckt ja mal Jurassic Park an oder Jurassic World, aber in der Uhrzeit gab es keine Waffe. Und auf dem Schrauber, mit dem man dann abhauen konnte. Ich bin ehrlich, ich vermisse ein bisschen Tweeter. Ich hab gedacht, wir sehen nochmal Tweeter. Was Affen, doch stehen. Was Affenmonster. Affenmonster. 70 DNA Punkte gibt's. Leute, ich schau euch das mal an, eine Insel. Ich vermisse eine Insel. Kommt mal auf diese Insel rüber. Weil wir dann im Seelenbeheuer sein, so das letzte Mal. Boah. Wie könnte ich da rüber fliegen? Soll ich mal rüber schwimmen? Echt gute Frage. Echt gute Frage. Was wollen die Affenmonster von uns? Ich will mir die Insel angucken, Leute. Ich will mir nur die Insel angucken. Die Insel. Ich will mir nur die Insel angucken. Also gut, ihr seid beugierig. Dann halten wir uns erstmal ein bisschen. Hallo, 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 hallo. Ich bin Kipp von den Babianern. Ach, jetzt weiß ich noch, was Amir ist. Oh, hallo, hallo. Oh, hallo, hallo. Da liegt ja auch hier. Hier ist mein Mann, ja. Ja. Ja, ihr seid begeistert davon. Ja, hollo, hallo. Ja, hollo. Da wollte man es noch ein bisschen. Ja, ich glaube, wir wagen uns zu dieser Insel. Leute, seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Oder ist da ein Siegeheuer dazwischen? Seid ihr dabei? Ich glaube, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ja. Dann machen wir nochmal ein Erinnerungsfoto für das Familienalbum. Wir wollen ein Erinnerungsfoto, das sind Siegeheufe. Das sind Siegeheufe. Ja. Ja, das ist die Waffe. Ich bin dabei. Das ist die Waffe. Ich bin dabei. Das ist die Waffe. Ich bin dabei. Das hat das Waffe. Ich habe ein Erinnerungsfoto für das Familienalginal. Wie cool ist das denn? Ist es auf der Insel? Wir haben es auf die Insel geschafft. Ist das cool. Berge hoch. Schaut euch diese Aussicht an. Auf das grüne alten Schleimmeer von Baben. Richtig, richtig nice. Also ich finde es klasse. Wir sind zwar in der prähistorischen Urzeit. Wir haben es trotzdem geschafft, schon ein klitzekleines bisschen das Meer zu überqueren. Ein klitzekleines bisschen. Auf diese dunklen Stellen würde ich mich jetzt nicht trauen. Ich glaube, da kommt dann wieder ein Monster. Aber. Wow. Ich finde es richtig, richtig, richtig klasse. Ihr auch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr es nicht so klasse findet. Oder gibt es überhaupt noch jemanden, der Spore spielt? Ja, ja. Oh, oh, oh. Wir knuttern abwagen. Aber wir sind hier auf einer trauenhaften Traueninsel. Und hier gibt es offensichtlich was zu essen. Ja, nein, 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 nein. So, Freunde. Die Inselbundfahrt ist hier aber leider schon wieder vorbei. Wir. Die Fähre zum Westland legt in wenigen Minuten ab. Bitte schnallen Sie sich an. Es geht wieder zurück zum Westland. Wir bedanken uns. Und bis zum nächsten Mal. Und gut schwimmen. Oh je. Da gibt es Ärger. Oh nein. Oh nein. Wischen wir uns mal Lust ein. Wir holen uns jetzt Verbünde weg. Weil es wieder Zeit weiter zu gehen. Hallo Alpha Appenmonster. Wir haben eine Industrie. Mit Wunsch, dein Gehirn ist nun vollentwickelt und platzt schon fast aus den Nähten. Bereite dich auf die Weiterentwicklung zur Stammesphase vor. Du hast es an die Spitze der Nahrungskette geschafft. Wenn du bereit bist, in der Stammesphase dein Glück zu versuchen, klicke auf den Weiterentwicklung-Button. Ja, das machen wir heute aber nicht mehr. Das ist dann am nächsten Mal dran. Heute war es richtig, richtig klasse, oder? Wir haben eine epische Natur überlebt, wir haben ein bisschen gekämpft, viele, viele neue Freunde gefunden und eine Insel bereist. Und zwar ein paar Millionen Jahre vor Christoph Kolumbus. Was gibt es denn überhaupt auf diesem Planeten? Nein, da ist er auch wurscht. Und ein bisschen Baumfrösche. Hallo Baumfrösche. Cheers. Der Wo ist die nacht? Wohin! Wie soll ich die nacht? Was ist die nacht? Was ist die nacht? Wenn wir die nacht? Es ist die nacht? Dann wird die nacht. Die nacht! Das ist nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020